So, da sind wir wieder. Alter. Weiter geht's. Ich hab dann... Oh, ich hab immer noch ein ganz ungutes Gefühl. Ach, hier ist auch eine Speicherstation, stimmt. Richtig. Hier ist ja auch eine. Genau. Wieder Speicher. Jeder Millimeter zählt. Ich bin so eine Speicher-Hure. Oh ja. Wird ein Lübschen was anderes machen, aber... Ach. Ich hab halt nichts Besseres zu tun. Ich habe ja kein... Leben. Deshalb ich dieses Spiel spiele. Ah, das heißt Kendra. Offenbar ist die Tür zum Lager und verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Alter, was soll ich mich verarschen? Was muss ich noch alles machen? Kommt noch eins? Ja. Das war ja... Das war ja bis jetzt immer nur 1 Wind, aber wenn mehrere davon kommen, wird das echt gefährlich. Also, es wird passivisch. Hör wo? Wo? Oh. Okay. Bei der Steuerung wird bestimmt passieren, dass ich als ein oder anderen andere mal recken werde. Weil es einfach... Wo? Wo? Weil es einfach nicht gehen wird. Das... Nein. Nicht in den Ernst. Nein. Nein. Gib mir Plasma-Munition. Alter, gib mir Plasma-Munition. Oh, ich hab doch noch. Hä, wie soll der denn eben grad nicht nachgeladen? Was ist das für ein Crap? Zeig mal her. Ich hab ja noch genug. Easy. Ich hab doch auch haufenweise Medi-Kids. Pff. Warte, man muss hier nicht überhaupt hinlangen. Als erstes. Ne, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal anders. Warte mal. Also ich muss als erstes da lang. Ist es richtig? Hab ich mich nicht gehört. Ist es, ist es, ist es. Ist es korrekt? Ja, es muss da lang. Hä? Leut. Alter. Leck mich. Du Arsch. Hab grad was gesagt. Unhöflich. Unhöflich. So, ich muss das, es ist. Ich guck ja erstmal hier. Ich seh mir jetzt mal um. Und alles aus dem Weg, was auf die Müse geht. So. Ich treff nicht. Ich bin Isaac. Ich bin irgendwie jetzt schon voll. Ja. Hammer. Mensch, ich hasse das, wenn das irgendwie voll ist. Es geht mir so auf die Nüsse. Es geht viel jetzt auf die Nüsse, aber ganz besonders. Irgendwie voll. Kacke. Ich will, von den Dingern da sind, ne? Aber, 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 aber. Lockbench. Verschlossen. Ich geh mal wieder zurück. Wo kann man so her? Wo kann man so her? Na? Wo kann man so her? Von oben? Ich will mal nach oben. Tupi Dupida. Rapparero, rapparero. Ah, ich bin doch sehr viel. Du weißt, ich wahrscheinlich da, dass ich Angst hab. Und du? Du Sau, du lebst. Dafür muss ich kein Doktor sein oder sowas. Um das zu erkennen. Du lebst, du Sau. Ah, da können wir nochmal lang. So. Echt, Alter. Wieso? Wieso muss ich so kacke sein? Ich lebe lieber Muni mit an. Anstatt jetzt erstmal. Jetzt erstmal nimm ich lieber Muni mit. Anstatt. Hö. Alter. Ich zeig mir die Muni an. Ich hab das Muni, ey. Mittleres könnte ich knicken, ey. Der hat nämlich sowas von fett mit. Guck mal, ob da die Geräusche hier sind. Ach, Mensch. Ah. Dramatisch. Oh, fuck. Ach, leck mich doch. Halt, Maul. Denk nicht mal dran. Das sind Hintergrundgeräusche, ne? Text-Log. Warte mal. Das lese ich dir mal vor. Aus. U.S.G. Ishimura. Abteilung für Raumfahrttechnik. Rechnung für Shuttle-Reparaturen. Zweitens. Auftragstag. Defekt der Forderer. Gyro. Antrieb von Schiff. U.S.G. Blablabla. Wurde ersetzt und ist jetzt funktionsbereit. Dritter Auftragstag. Reparaturen an fehlerhaften 4D-Scope von Schiff blablabla. Noch nicht abgeschlossen. Vierter Auftragstag. Beschädigte Landerepulsoren. Landerepulsoren? Ja, wahrscheinlich. Von Schiff blablabla. Wurden vollständig ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Beschädigte Ansichtsfenster vorne und vorne links von Schiff blablabla. Wurden ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Fünfter Auftragstag. Beschädigter Boosterring von Schiff blablabla. Wurde repariert und ist jetzt funktionsbereit. Zuständiger Techniker. WhiteJF. Second Engineer. Wartungssektor. Okay. Ja. Finde ich ja toll für ihn. Na komm her. Leck mich. Du Arsch. Wat ne Hackfresse. Kann ich jetzt mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Leck mich. Bin nach unten. Ah, ich weiß gar nicht. Ist das so ein Aufzug? Zu gut als Flucht möglich? Alter. Nein. Böse. Arschgesicht. Alter. Diese unangekündigten Besuche von euch. Jetzt folgt mir nicht. Bist tot. Ist unfair. So. Da muss ich ja jetzt reinkommen. Rein theoretisch. Komme, wat wolle. Oder nicht. Wirkt mich da jetzt? Hallo? Was ist überhaupt hier? Weiß es gar nicht. Ja, gar nicht. Doch hier hab ich schon geguckt. Hab nicht gehört. Liegt sogar noch. Munition. Muss ich lang. Da lang. Und da muss ich lang. Okay. Wie komm ich da jetzt rein? Ist doch verschlossen. Achso. Ich komme rein. Wenn ich die Platine nehme. Kommt doch was. Ich hab so Murin. Das hat nämlich erstmal das. Alter Leute. Gib mir nicht so viel Crap. Also so viel Geil. Äh. Wie kann ich das? So. Mitnehmen. Wie kann ich das? Das ist noch ein Link. Normalerweise passiert dann immer was. Komisch. Erst wenn die Platine. Ja. Ich hab zuerst zur Workbench gehen. Okay. Was war das für ein Geräusch? Äh. Äh. Was war da? Okay. Alter, das macht mir echt Angst. Okay. Weiter geht's. Okay. Äh. Wig. Also ich kann jetzt die Energieknoten hier benutzen, um das abzugraden. Es gibt aber auch, äh, 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 was war das? Äh, Türen, die ich mit meiner Energieknoten halt öffnen muss, weil die verschlossen sind. Und ich mach das erstmal für einen Plasma Cutter, und zwar, ich mach den Schaden. Ich bin voller Damaged. Damagedier. Hier. Und, so, ja. Das werd ich erstmal weitermachen. Einfach halt sich zur Sicherheit. Jetzt rausgehen zum Horror. Kann ich immer noch nicht mitnehmen. So, Scheiß. Da bist du, du kleine Mütterbastard. Nein, ich treff nicht! Das ist ja zu zweit war schon ein bisschen schwieriger, weil ich mich beeilen musste zu treffen, und das ist echt schwierig in dem Spiel. Gott sei Dank gibt es auf Mittel noch genug Munition da dran. Und ich glaube, auf schwer gab es so scheiße wenig Muni. Wieso geht es überhaupt hier lang, den längeren Weg? So unnötig. Ehrlich mal. Egal. Sprünge nochmal. So. Wow! Nein! Daran hab ich jetzt nicht gedacht. Fuck. Ah! Da wär' ich jetzt gut erschreckt, das muss ich zugeben. Der, der, der clevere Sau-Lum. Das klingt der Pfandschaden. Ah, daran hab ich jetzt nicht gedacht. Verdämmig. So, da ist alles gut. Boah! Es ist jetzt bis jetzt nur diese normalen Mikromorps, ey. Die sind total easy. Boah, ich freu mich schon, wenn die richtig harten... ...blöden kommen, ey. Boah! Leck mich. Und du Munitionsverschwendung, ey. Alter, Speicherhahn. Und... ...annehmen. Und... ...ja. Und weiter. Alter, hört auch mit diesen Hintergrundgeräuschen. Ganz ehrlich. Ihr seid so kacke. So. Ab nach Hause. Boah, können wir nicht einfach mit dem Schiff... Ach, nee, ist ja kaputt, ne. Ah, kacke, stimmt. Äh. Hier die Plantine. Ne. Plantine fehlt, genau. Anders. War falsch. Tut mir leid. Hier, ne, Plantine. Genau. Genau. Wunderbärchen. Muss ich jetzt noch... Aktiviert, alles gut. Hammer. Wir müssen jetzt nochmal speichern. Boah, die sind in der Grundgeräusche, die machen mich fertig. Ich glaube, ich hatte die... Ach, der. Tiii, jeck mich. So. Ich... Ihr Fahrt, ich... Ich brauche noch mal ein bisschen. Ich brauche noch mal ein bisschen. Ja, Fahrt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Quarantäne aufgehoben. Hm. Ja. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Ja, mach ich was. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flatline schweißt, jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zur Kallinn und beretten Sie den Start vor. Wir sehen so, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch wahnsinnhemmend. Selbstmord? Wir werden hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Glück missgenommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit ihnen oder ohne sie. Verstehen wir uns. Bringen wir uns einfach lebend heraus. Wie sie mich dabei ansieht, was habe ich denn damit zu tun, bitte? Bei Aufgaben zufügt, ob man hier so zurück. Zurück. Was? Ist doch was falsch. Zurück ist doch falsch. Oder nicht? Hä? 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 Ich bin da dann halt zurück. Mensch, Mensch, Mensch. Diese Frauen, ey. Machen mich fertig. Tschüss. Tschüss. So. Tschüss. So. Okay. Tschüss. Ich muss mich heute kennen. Du wirst, mein stammeer ihr internationales Haus die die er hat schlägt Du verpest dich nicht Ah Ah Fight night Bam Bam Oh na der wird immer ab ey Stirb Du Sau Alter Alter da war ich jetzt überrascht So Ich bin so ne volle Lebenssau Ich glaub der wollte abhauen Ziemlich arschlochmäßig So Genau Richtig Ich bin auch richtig ne Ja Ich muss Aber ich werde erstmal speichern So Und Bis zum Und erstmal sagen Bis zum nächsten Mal Von Let's play Dead Space Eyes Tschüss Tschüss Tschüss